Warum sucht man sich das ja nicht aus, wie aus dem Regal, und guckt sich das an und sagt, naja, das passt und das ist mir, das ist so etwas Entspannendes, das hätte ich gern, oder das ist etwas, das entspricht meinem Aggressiven naturell und jetzt werde ich muss. Sucht sich das ja nicht aus, wie aus dem Regal, und guckt sich das an und sagt, naja, das passt und das ist mir, das ist so etwas Entspannendes, das hätte ich gern, oder das ist etwas, das entspricht meinem Aggressiven naturell und jetzt werde ich muss.